Hallo Kochfans, ich begrüße euch zu einem neuen Video in der Cooking Area. Heute machen wir zusammen Rosmarinkartoffeln. Die Zutaten seht ihr schon einmal hier und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die kleinen Kartoffeln müsst ihr ordentlich waschen, denn sie werden hinterher weiter mit Schale verarbeitet. Zwei der drei Rosmarinzweige befreien wir von ihren Nadeln, anschließend werden diese fein gehackt. Den dritten teilen wir in drei Teile und gehen ihn anschließend einfach auch mit zu den normalen Nadeln. Nun halbieren wir die kleinen Kartoffeln und geben sie anschließend in eine Auflaufform. Die kleinen halbierten Kartoffeln beträufeln wir mit Knoblauchöl. Anschließend streuen wir mehr Salz und Rosmarin darüber und würzen die Kartoffeln noch einmal mit Pfeffer. Dann kommen sie für 45 Minuten bei 175 Grad in den Backofen. Rosmarinkartoffeln sind eine schnell und lecker hergestellte Sättigungsbeilage. Man kann sie einfach in den Ofen schieben und muss gar nicht groß drauf aufpassen. Das war mein Video für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und abonniert meinen Channel. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch viel Spaß und kocht weiter!